Oh, Sumina! Hier ist wieder Nindo-Freak! Ich habe gerade eben ein wenig getüftelt, was das denn soll mit dem unteren Bildschirm, dass der so abspackt. Es ist wie der Staub, es liegt nicht an der Verbindung selbst, es muss der Grabber sein, was mich schon wieder ankotzt, weil ich deswegen wieder Geld ausgeben darf, dass das aufhört. Und das ärgert mich einfach nur. Naja, für euch nur das Beste. Auftrag 6. Stille im Wohnzimmer. Stille trifft es genau, denn wir dürfen noch 5 mal die 60 Dezibel überschreiten. 3000 Watt in 9 Minuten wird es zu schaffen sein. Noch. Ich würde euch raten, den Fangstrahler immer... Ja, rennt jetzt alle weg. Den Fangstrahler immer möglichst am Anfang zu benutzen, weil da ja noch am meisten LEDs rumgaggen. Ja, warum wird denn das... Warum strahlt der Fangstrahler ununterbrochen rot? Sehr interessant. Und hier oben... Oh, jetzt ist der Fangstrahler schon vorbei, oder doch nicht? Ach, was weiß ich denn? Ah, ich hänge fest. Ups, ich war zu laut, warum? Was habe ich getan? Nein! Der Fangstrahler geht flöten und ist weg. Schalldämpfer können wir... Ähm, den Schalldämpfer, also wenn man strategisch denkt, den würde ich benutzen gegen Ende, weil am Ende hast du viel... kannst du schwerere Dinge heben, die mehr Krach machen. Ja, klar. Die mehr Krach machen und deswegen kann man dann... Äh... Braucht man dann den Schalldämpfer. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mal wieder die Batterien während der Aufnahme wechseln. Hä? Tataima, da bin ich wieder. So, äh... Da ist noch ein kleiner... So, da wir im Wohnzimmer sind, würde ich vorschlagen, dass ich mich aufhöre, sinnlos im Kreis zu drehen. Und weil hier im Wohnzimmer gibt es aus irgendeinem Grund verdammt viele Schalter... Ach, Aktion. Wieder lesen kann, ist klar ein Vorteil. Äh, so viel Watt brauchen wir hier überall. Na? Ich hab doch so viel gelesen. Da oben. Da, ich seh euch, ich seh euch. Ich treff euch nur nicht von hier unten. Gott, ich hab mich hinter die Couch geglitscht. Hi, Leute! Ich hab dich gesehen. Versteckst dich hinter dem Stuhl und ganz schlauer, wa? Wa? Ich bin doch kein... Warten, Württemberger, Saarländer oder sonst was. Wa? Ich müsste sagen, Nivor. Komm, komm. Ein Geschenk! Nichts drin. Da steht Essen auf dem Tisch. Die gehen einfach... Da stammt noch Essen. Hi, Kumpel. Hier, weil Gläser auch gar keinen Lärm machen, gell? Hi, Bild. Tschüss, Bild. Hi, Elodie. Atatatatat! Zwei Schalter, verne... Wo? Wo steck ich? Ich hab... Ich bin, glaub ich, der intelligenteste Mensch, weil ich mich einfach so wunderbar herrlich... Spackt ab. So wunderbar herrlich zwischen Dings, die ich verstecken kann. Und die Zeit wird knapp, weil ich find kein... Ich... Ich find keine Elodie's. Hallo, ich will das Comic-Ref bewegen, wo nichts drunter war. Okay, hier sind noch welche. Hey, hier war ich noch gar nicht am Flügel-Piano-Dings. Nein! Ich hab ihn dahinter geschmissen! Heb mal hoch! Nein! Okay, ist nicht... Was zur Hölle? Was war jetzt zu laut? Komm her! Ha! Noch erwischt. Ein Schalter, den wir bedienen können. Die Elodie's, die total blöd platziert sind. Hallo? Könnte der Strahl sich mal da durchglitschen? Danke. Noch ein Schalter. Also, die haben Surround-Sound hier im Wohnzimmer. Das merkt man denen an. Okay, es geht bergauf mit... Ich hör manchmal LEDs und das ist voll verwirrend. Das ist voll verwirrend, dass ich die hör. Kuckucksuhr-Energie. Kuckucksuhr-Energie! Oh Gott! Das nenn ich mal 3D-Fernseher. Bin ich grad durch die Couch gegangen? Ich bin durch die Couch gegangen. Yay, 2,5 Kilogramm. Woo! Ich hab mir die noch. Voll der Klotz, ey. Hi. Ja, kommt her! Kein Entkommen. Ui, wie süß, wie süß. Nein! Ist das ne Kuckuck? Was zur Hölle? Ich steck fest! Wie oft steckt man in diesem Spiel fest? Merp, merp, merp. Die pennen alle immer im Stehen. Das ist ja komisch. Ja. Oh, wie es denn einfach so um die Ecke rauskommt. Okay, wir dürfen nur noch dreimal laut sein. Ich würde nicht behaupten, dass jetzt schon der Moment ist. Kann ich dich schon rausweisen? Dass jetzt schon der Moment... Doch, jetzt ist der... Oh Gott! Jetzt können wir Schalldämpfer ver- Oh Gott, der Fernsehfeld. Er ist gefallen. So ganz langsam dramatisch. So, Schalldämpfer. Hi, Kumpel. Kumpel. DVD-Spieler-Energie! So, jetzt können wir mächtig abspacken. Und in der Hoffnung, dass wir LEDs finden... Hey, kommst du her? Kommst du her? Oh Gott, voll auf mich zugeflogen! Ja, wir sind laut! Geh weg! Ja, ich schmeiß es nochmal vor meine Füße, anstatt ich... Ich wollte hier hin, weil ich den Schalldämpfer habe. Nein, da ist wieder eine gesuhe-seidet. Gesuhe-seidet. Kann ich reden, weißt du. Die Blauen sofort einsammeln, weil die halt gerne Krach machen. Weil indem sie Dinge einfach rumschubsen. Ups. Ja, das war klar, dass das laut war. Cool. Nein. Schalldämpfer! Und jetzt? Komm! Trä-da! Ja! Komm schon! Geschafft! So gehört sich das. Klar machen wir weiter, wie immer. Komm, da oben waren noch welche, das weiß ich. Komm, wir haben Schalldämpfer! Spack ab, spack ab! Wir können... Wir können übelst laut sein. Auf, komm! Und jetzt ist da natürlich kein LED, wo ich mal so... ...toll geupgradet habe und alles geupgradet. Komm schon! Schalter! Komm schon! Jetzt Schalldämpfer grad nochmal. Oh, jetzt ist es weg! Jetzt wo die ganzen LEDs da rauskommen. Jetzt ist, äh, der Dings weg, der... ...der... ...der... ...der super-Multi-Mega-Typi. Ja. Ja! Das macht voll Bock! Ach ja, ähm... ...mir fällt grad was ein. Animax ist ein Portal, bei dem man... ...da ist ein Lilanes drunter... ...bei dem man Fan-Arts veröffentlichen kann. Halt im Anime-Style überwiegend. Deswegen wohl der Name Animax... ...Mex. Und worauf ich hinaus will, ist... ...da hat eine, und die ist wirklich bekannt dort... ...ein Manga, also ein Fan-Manga, ein Dojinji... ...ähm... ...gemacht, gezeichnet. Nennt sich die Nintendo-WG. Ich war davon sehr angetan... ...und Holla die Waldfee, ich hab ihn gelesen... ...und das Ding ist geil. Die brauchen Vertrag. Die... ...die... ...die ist einfach genial, die Dame, die... ...wo das gemacht hat. Die hat ein Talent, die kann so derbe gut zeichnen... ...die kann so derbe gut zeichnen... ...einfach aufklappen. Lol. Weißt du, warum einfach, wenn's auch umständlich geht? Komm, da war noch einer, ich weiß es. Ja, Mann! Aber ich wollte es jetzt... ...okay, es hat trotzdem Krach gemacht. Ich wollte es jetzt so episch ins Zimmer werfen. Pizza auf der Couch, also wirklich. Oh, voll der Jump, ey. Wie er halt mit den Armen ausgeholt hat, der Kleine. Gott! So viele. Ich hab grad... Achso, das war die Uhr. Okay. Äh, wir haben meine... ...Elle, die Keks, Kekse. Aha, seht an. Da kommen sie alle hergekrochen. Das finde ich auch gut. Dieses Item benutze ich nie, aber ich merke gerade, das ist... ...gann schön hilfreich. Der hält... Oh, ui. Einfach mal zu laut gewesen. Wir hatten noch 50 Sekunden, in denen ich hätte leise sein können, aber nein, warum auch? Und da jumpt nochmal in die Richtung Keks. Okay, 3000 Watt war unser Ding. Wir haben fünfmal überschritten, was unser Fail war. Ja, Mission geschafft. Wir sehen uns in der nächsten. Oder im nächsten Part, je nachdem. Und ich hab nur ein C. Lame. Johnny. Johnny.